Strecke ist frei. Final auf Spezialturmwagen B. Sechs Kilometer liegt mit dem Ebenachst. Start ist dabei. Und Seite an Seite. Gehen Sie hier am Start los. Van Oswergen und Schmitz-Klaus. Van Oswergen ist vorne. Schmitz-Klaus zweiter. Rudolf Linden auf der Treib. Oh, schon kommt Achim Nelles von Elfen. Jetzt neuer Fütter, Jörgen Melle. Hier kommt der Führende. Van Oswergen. Dann auf der 2. Schmitz-Klaus zweiter. Und auf der 3. 55. Jörgen Melle. Rudolf Linden in die nächste Runde. Der 18. 1. packing in свет. 4. Musik Ja, Sie sehen, der Voraussage, er fängt schon an, seine Kollegen zu überrunden. Mit riesen Frosch vom Osterweg in diesem Finale, ja, in hoher Platz, ich möchte, er hat einen kurzen Zentimeter. Ja, Sie sehen, ich glaube, die Schwächigkeit kam, dass heute noch jemand ganz schnellere Fahrzeug hier vorbei ist. Ja, Sie sehen, aber da gibt es Probleme mit uns fahren. Ich glaube, ich bin gerade Probleme durchgekommen. Ich glaube, Sie sehen, wir sehen, wir haben uns auch ein paar Worte, bis jetzt die Schwächigkeit. Und jetzt haben wir uns auch ein paar Fahrzeugen, wir sehen, wir sehen, wir sind jetzt hier in der Nähe des Wurzugs. Und wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Die 523er Aussage lernt sich unbefohlen, auf der 2, bis blau hoch. Auf der 3, das ist ja okay.